...mal ein Beispiel zu zeigen. Das Ding, was ich eben abgebrochen habe, brauche ich doch irgendwie. Was macht diese Maschine? Das habe ich eben, ja, irgendwie habe ich mir gerade ein bisschen vertan. Also das Ding hier, wenn ich diese Kante verwende, hier diesen Pfeil mit so einem Sigma da drauf, und das Sigma hier dann nochmal verwende, soll heißen, ich merke mir dieses Zeichen und hier drucke ich es quasi. Was macht diese Maschine? Beispielsweise aus der Konfiguration. Sie geht einen Schritt nach links, merkt sich das Zeichen, geht wieder einen Schritt nach rechts, druckt das Zeichen und geht noch einen Schritt nach rechts. Hier müssen wir uns ja überlegen, hier kommen beliebig viele Blanks dahinter. Das heißt, was hier gemacht wird, das wird überführt in ABC. Also wir sind hier, gehen einen Schritt nach links, das macht dieses L, gucken uns das aktuelle Zeichen an, das merken wir uns quasi. Wir gehen einen Schritt nach rechts, das ist das R, sind also wieder hier, drucken dieses Zeichen, das heißt hier, das kommt das C nochmal hin und gehen noch einen Schritt nach rechts und sind dann da. Oder noch ein Beispiel, was macht die Maschine, die geht mindestens einen Schritt nach rechts. Ja, das ist das erste R hier. Ja, und wenn ich dann nicht auf ein Blank stoße, dann geht sie nochmal nach rechts. Das ist wie so eine Schleife. Ich gehe mindestens einen Schritt nach rechts. Also beispielsweise würde die aus so einer Konfiguration, wenn ich da beispielsweise stehe, ich gehe einen Schritt nach rechts und solange dann kein Blank kommt, brauche ich weiter nach rechts. Das heißt, das Ding würde überführt werden zu der Konfiguration. Ja, das ist halt sicher.